Hallo und willkommen zu einem kleinen Intermezzo. Einem 1000 Abonnenten Intermezzo. Wie ich im Woche 24 Videos schon angedeutet habe, war ich mir nicht ganz sicher mit den Abonnenten, weil YouTube hat mir da plötzlich ganz viele Views hinzugefügt und dann auch auf einen Schlag Abonnenten. Und ja, ich konnte mir nicht ganz sicher sein, ob ich tatsächlich 1000 Abonnenten habe, weil die Views hat er mir abgezogen. Jetzt bin ich mir aber ganz sicher, auch egal ob mir die plötzlich dazugekommene Abonnenten wieder abzieht, weiß ich, dass ich über 1000 Abonnenten habe. Und ja, endlich! Vielen Dank an alle, die so fleißig mitgeschaut haben, die kommentiert, geliked oder abonniert haben. Ich habe mich gefragt, wie könnte ich das jetzt feiern, 1000 Abonnenten. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich, weil ich ja so einen tollen Bartbürsten-Shop hier in Innsbruck habe, dass ich da hingehe und nochmal so eine Bartbürste kaufe. Und die verlose ich jetzt an alle meine Abonnenten, also unter meinen Abonnenten, die unter diesem Video ein Like und ein Kommentar hinterlassen. Viel Glück! Wir sehen uns demnächst wieder, bis dahin, Servus! Ende des Intermezzos